Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Auf diesem Kanal erwarten dich regelmäßig Videos mit Tipps und Tricks, welche dich mit Plan dein Online-Business auf Instagram starten lassen. Damit du kein Video mehr verpasst, klicke jetzt auf Abonnieren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ansehen. Schaue dir das Video unbedingt bis zum Ende an, damit du nichts verpasst. In diesem Video gebe ich dir vier Insta-Story-Ideen mit auf den Weg, wie du Sticker am besten nutzen und einbauen kannst. Des Weiteren werden wir einige weitere Möglichkeiten, Funktionen und Infos über die Insta-Story unter die Lupe nehmen. Wir beginnen mit dem Umfrage-Sticker und schauen uns an, wie du diesen gut in deinen alltäglichen Storys verwenden kannst. Ich zeige dir verschiedene Möglichkeiten, wie du den Frage- und Quiz-Sticker sinnvoll einbaust. Zum Schluss folgt die Möglichkeit, einen Countdown zu stellen und in welchen Situationen du diesen nutzen kannst. Storys sind ein wichtiges Werkzeug und eine großartige Möglichkeit auf Instagram, um deiner Community nochmal einen besseren Einblick zu dir als Person in deinen Alltag und dein Angebot geben zu können. Zusätzlich baust du unter anderem bei einer Personal Brand einen großen Teil des Vertrauens mithilfe der Storys auf, da die Menschen dich selbst sehen und sich somit dir näher fühlen. Dies solltest du unbedingt im Kopf behalten, wenn du selbst Insta-Story-Ideen hast, die du in die Tat umsetzen möchtest. Grundsätzlich kannst du deine Art, dich selbst und alles viel besser zeigen als in einem kurzen Reel oder einem Foto in deinem Grid. Gerade wenn du mal bei Influencern auf dem Profil schaust und nach Inspiration für deine Insta-Story-Ideen suchst, wirst du merken, dass sie kleinsten Momente ihres Alltags in der Story zeigen. Deine Community hat viel mehr das Gefühl, dich zu kennen und dir näher zu sein als einfach nur ein weiteres Bild, wo du eventuell in Szene gesetzt bist. Menschen wollen Menschen sehen, mit denen sie sich identifizieren können, verstanden fühlen und unterhalten werden. Zeige dich so authentisch, wie du es nur kannst, da du auch in deinen Storys einzigartig sein musst. Wer ist denn schon einzigartiger als 100% du? Stehe hinter deinen Meinungen und Werten, bleibe dabei jedoch immer respektvoll. Es wird immer Leute geben, denen du nicht passt oder aber die nicht deine Meinung teilen. Das ist im echten Leben nicht anders, jedoch muss dich das nicht unterziehen. Konzentriere dich darauf, dass du Menschen anziehen möchtest mit dir selbst und nicht irgendwas vorspielen willst. Gerade wenn du Instagram als fixe Business-Plattform nutzen möchtest und darüber Verkäufe generieren möchtest, musst du dir bewusst werden, dass Menschen nicht von Bildern, Produkten oder irgendwelchen Empfehlungen kaufen. Natürlich helfen Bewertungen und ein super Produkt dabei, jedoch kaufen Menschen von Menschen und je nach Personentyp kommt es darauf an, was deinem potenziellen Kunden wichtig ist. Da kann es enorm von Vorteil sein, wenn die Person bereits in der Vergangenheit begonnen hat, ein gewisses Vertrauen aufzubauen und du ihr sympathisch bist. Nun lass uns aber endlich mit den Stickern starten. Erste von vier Insta-Story-Ideen Der Umfragesticker und wie du ihn bestmöglich einbauen kannst Der Umfragesticker bietet deinen Story-Viewern die Möglichkeit, sich zwischen zwei Dingen zu entscheiden. Klassisch kann man hier Ja oder Nein stehen lassen, so wie Instagram es vorschlägt. Jedoch kannst du dies auch überschreiben. Zum einen kannst du hierfür einen Text schreiben und zum anderen auch einfach ein Emoji nutzen, um es anschaulich zu halten, ohne dass man etwas lesen muss. Allein mit diesem Fragesticker hast du die Möglichkeit, deine Community besser kennenzulernen und somit besser auf sie eingehen zu können. Du kannst ganz banale Dinge fragen, wie beispielsweise, was trinkst du lieber, Kaffee oder Tee? Bist du ein Früh- oder Spätaufsteher? Wie ist das Wetter bei dir? Liest du gern Bücher? Hörst du gern Musik? Du merkst, die Fragen hierfür sind endlos. Schaue, was dir hilft, deine Community besser kennenzulernen und Gemeinsamkeiten zu finden. Natürlich kannst du auch fragen, welches Team sie sind. Da könntest du auch fragen, ob sie morgens voller Energie aufstehen oder im Morgenmuffel sind. Welches Medium nutzen sie zur Weiterbildung? Podcast oder Bücher? Auch hier gibt es so viele Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Die Interaktion deiner Story-Viewer ist mit das Wichtigste. Stelle also unbedingt Fragen, die leicht zu verstehen sind und wo sich niemand Gedanken macht, ob er diese Frage jetzt wirklich beantworten möchte. Natürlich kannst du auch fragen, ob jemand bereits einen bestimmten Film gesehen oder aber das Buch bereits gelesen hat. Mach dir Gedanken, was du erfahren möchtest und mit welchen Fragen du die Interaktion aus ihnen herauskitzeln kannst. Wenn du den Umfragesticker nutzt, ist es nicht notwendig, die Frage direkt dort einzutragen. Bei diesem Sticker kannst du beispielsweise deine Story vorher designt haben oder aber den Text normal schreiben und den Umfragesticker dann daruntersetzen. Damit erreichst du nochmal ein ganz individuelles Design für deine Story. Klicke nach dem Video unbedingt auf den Link in der Videobeschreibung, um dir deinen Platz für ein gratis Strategiegespräch rund um deinen Instagram-Account zu sichern. In diesem Gespräch kannst du mir all deine Fragen stellen, die du hast und wir schauen zusammen, wie wir dich weiterbringen und wie du bestmöglich dein Profil voranbringen kannst. Zweit von vier Insta-Story-Ideen Der Fragesticker Ab und an reicht eine Auswahlmöglichkeit nicht aus, um eine genaue Antwort zu bekommen. Da bietet sich dann der Einsatz vom Fragesticker an. Mit diesen haben deine Story-Viewer die Chance, dir eine individuelle Antwort zu schreiben und nicht aus vorgegebenen Möglichkeiten zu wählen. Bei der Suche für Insta-Story-Ideen mit einem Fragesticker kannst du dir Gedanken machen, was du genauer erfahren möchtest. Ist das beispielsweise der Beruf oder ein Hobby? Möchtest du vielleicht herausfinden, wo deine Follower Probleme und Bedenken haben, um ihnen somit besser helfen zu können und ihren Schmerzpunkt herauszufinden? Des Weiteren hast du die Möglichkeit, nicht nur eine Antwort in Form eines Textes von deinen Story-Reviewern zu erhalten, du kannst auch nach Musiktiteln fragen. Hier bietet es sich an, eine Frage zu stellen, wo du zum Beispiel nach den Lieblingssongs, dem ultimativen Motivationssong oder aber nach dem besten Song zum Joggen gehen fragst. Es kann faszinierend sein, was dir für Musiktitel gezeigt werden und du findest vielleicht den ein oder anderen neuen Musikdiamanten für dich. Natürlich bietet die Nutzung des Stickers sich auch an, wenn du ein Feedback haben möchtest oder eine Q&A startest. Q&A sind oft sehr beliebt, da deine Follower dir so Fragen stellen können und dich auf diesem Weg nochmals besser kennenlernen können. Nicht jeder schreibt dich privat an, um etwas mehr über dich zu erfahren. Wenn sie eine Story von dir ansehen und du gerade eine Fragerunde gestartet hast, fällt ihnen eventuell spontan etwas ein, was sie dir dann einfach ohne großen Aufwand schreiben können. Hierbei solltest du auch beachten, dass du die Fragen, welche gestellt werden, unbedingt in deiner Story beantwortest und diese dann dazu repostest. Du kannst die Fragen mit einem Text oder aber mit einer persönlich aufgenommenen Story beantworten, je nachdem, was dir lieber ist und womit du dich wohlfühlst. Stelle nicht immer dieselben Fragen und bringe Abwechslung rein. Natürlich können deine Fragen sich ab und an wiederholen, denn deine Community wächst und es kommen immer neue Leute hinzu, jedoch solltest du es nicht übertreiben. Eine Q&A kannst du zum Beispiel mehrmals die Woche machen. Dies lässt sich wunderbar abwandeln und themenspezifisch aufteilen. Wenn du einen Tag beispielsweise eine persönliche Fragerunde mit Fragen zu dir als Person machst, kannst du beim nächsten Mal fragen, wo Unterstützung benötigt wird oder ob es Fragen zu deinem Angebot gibt. Je nachdem, welches Thema du auf deiner Seite behandelt, können diese Fragen anders aussehen. Wichtig ist, dass du und deine Community daraus etwas ziehen können. Beim Fragesticker ist es wichtig, dass du zwar etwas reinschreibst darüber, jedoch kannst du dort auch einfach ein File oder ähnliches einfügen und den Text dann selbst in deine Story schreiben. Dritte von vier Insta-Story-Ideen. Der Quizsticker und wie du ihn einsetzen kannst. Wir alle kennen das Verfahren von Antwortmöglichkeiten. A, B, C oder D. Wie bauen wir das nun aber sinnvoll in unsere Story ein, ohne dass die Menschen sich zu Wer wird Millionär oder in eine andere Quizshow zurückversetzt fühlen? Zum einen würde ich nicht unbedingt ein großartiges Wissen abfragen, sondern eher einige Antwortmöglichkeiten bieten, die es dir ermöglichen, eine Abstimmung zu erhalten. Wenn dann zwei Antworten übrig bleiben, kannst du wieder den Umfragesticker einsetzen für eine endgültige Entscheidung. Des Weiteren habe ich folgende Insta-Story-Ideen für dich. Natürlich kannst du auch eine Frage über dich stellen, wo du herausfindest, wie gut deine Follower dich wirklich kennen. Eine weitere Möglichkeit ist es, zu erfragen, welchen Content deine Community sich in Zukunft wünscht. Hierbei kannst du einige Antwortmöglichkeiten bieten, die zu deiner Nische und deiner Seite passen. Nimm nichts Fremdes, sondern bleibe deiner Sparte treu und erfrage, zu welchem Thema sich ein Beitrag gewünscht wird. Du kannst auch fragen, wie es denn beruflich aussieht und ob sie beispielsweise Arbeitnehmer, selbstständig oder Student sind. Du solltest immer im Hinterkopf behalten, umso mehr du über deine Community erfährst, umso besser kannst du auf sie eingehen und umso genauer lernst du deine Zielgruppe nochmals kennen beziehungsweise wirst du selbst sehen, wen du mit deinem Profil und deinem Content ansprichst. Beim Quizsticker hast du die Möglichkeit, bis zu vier Antwortmöglichkeiten zu bieten und zusätzlich die richtige Direction markieren. Wenn du allerdings keine richtige Antwort dabei hast, da es sich um eine normale Abstimmung handelt, würde ich immer in der Story erwähnen, dass es keine richtige Antwort gibt, da Instagram immer eine der Antworten als richtig anzeigt. Dies kann eventuell zu Verwirrung führen. Hier kannst du aus verschiedenen Farben und Farbverläufen wählen, um es für dich passend anzupassen. Klicke nach dem Video unbedingt auf den Link in der Videobeschreibung, um dir deinen Platz für ein kostenfreies Strategiegespräch rund um deinen Instagram-Account zu sichern. In diesem Gespräch kannst du mir alle Fragen stellen, die du hast und wir schauen zusammen, wie wir dich weiterbringen und wie du bestmöglich dein Profil voranbringen kannst. Die letzte der vier Insta-Story-Ideen. Der Countdown und wie du ihn sinnvoll nutzen kannst. Auch beim Countdown-Sticker hast du wieder die Möglichkeit, die Farbe anzupassen. Des Weiteren benötigt der Countdown einen Namen. Hast du diesen eingetragen, musst du noch das Datum und die Zeit einstellen. Du hast die Möglichkeit, den Countdown bis zum letzten Tag des Jahres zu stellen. Dann erscheint beim Timer Monat, Tage und Stunden. Je kürzer in der Zukunft das Ereignis liegt, umso detaillierter wird die Anzeige. Ist das Ereignis zwei Wochen in der Zukunft, wird der Countdown sich mit Tage, Stunden und Minuten stellen. Wenn es allerdings heute oder morgen ist, dann hast du dort Stunden, Minuten und Sekunden, die herunterzählen. Möchtest du, dass der Countdown nicht ganztägig ist, sondern eine bestimmte Uhrzeit einstellt, dann deaktiviere den Slider für ganztägig und stelle die Uhrzeit ein. Dabei kannst du die Stunden genau einstellen und die Minuten in Fünfer-Schritten. Soviel schon einmal zum Einstellen. Lass mich dir nun ein paar Insta-Story-Ideen hier zugeben, sodass du ihn schon bald selbst in deiner Story nutzen kannst. Zum einen ist es natürlich möglich, den Countdown zu stellen, wenn du ein neues Produkt launchst. Dies ist wohl einer der häufigsten Möglichkeiten, wenn man den Countdown etwas weiter in der Zukunft stellt. Du kannst ihn allerdings auch stellen, damit deine Follower und Story-Viewer sehen, wann du das nächste Mal live gehst, um beispielsweise ihre Fragen zu beantworten. Gib auch gerne ein Thema bei der Story an, sodass die Leute auch wissen, weshalb du live kommst und sie es nicht verpassen sollten. Eine weitere Möglichkeit ist es, den neuen Beitrag, das neue Reel oder aber ein IGTV anzukündigen und somit darauf aufmerksam zu machen, wann du es postest. Wenn du den Countdown über mehrere Tage stellst, solltest du ihn immer mal wieder einbauen, sodass so viele Leute wie möglich ihn sehen und er den Effekt liefert, den du dir wünschst. Wenn du einen Countdown postest, haben deine Story-Viewer zusätzlich die Wahl, ob sie deinen Countdown selbst in ihrer Story posten wollen oder aber ob sie sich an Erinnerungen einstellen wollen, sodass sie nicht verpassen, wann dieser abläuft. Rufe gern dazu auf, dass sie sich den Countdown unbedingt stellen sollen, da es durchaus sein kann, dass nur die wenigsten daran denken. Wie am Anfang bereits erwähnt, ist es sehr, sehr wichtig, dass du Interaktionen von deinen Story-Reviewern bekommst. Des Weiteren solltest du eine gute Mischung aus Interaktions-Stories, persönlichen Storys zum Ansehen und eventuell Info-Stories posten. Probier es aus und finde heraus, was bei deiner Zielgruppe und deiner Community gut ankommt und wie du es schaffst, so viele Story-Reviews wie nur möglich zu erhalten. Da ich dir nun einige der Standardsticker erzählt habe und dir einen Anschluss gegeben habe, wie du diese am besten in deiner Story einbaust, möchte ich dir noch kurz etwas über Sticker, welche nur eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen, erzählen. Diese solltest du jederzeit in deiner Story einbauen, da Instagram diese gern etwas pusht und es ist durchaus möglich, dass dadurch deine Story-Reviews steigen. Erst jetzt gab es wieder Sticker, die in einem, ich nenne es jetzt mal, Story-Highlight gesammelt wurden und vor allem alle Storys angezeigt werden, die diesen Sticker nutzen. Damit hast du die Chance, dass deine Follower deine Story mehr als nur einmal angezeigt bekommen und somit wirst du automatisch auch öfter ausgespielt, sofern deine Follower sich deine Storys ansehen. Wenn es diese Möglichkeit auf Instagram gibt, solltest du diese unbedingt nutzen. Dasselbe betrifft natürlich auch neue Funktionen. Ob es nur neue Funktionen in deiner Story sind oder aber allgemein auf Instagram, probiere sie aus und schaue, wie es bei dir performt. Lass mich dir noch ans Herz legen, dass du bei Storys, wo du sprichst, immer kurz als Text schreiben solltest, was du gerade erzählst. Ein Großteil der Menschen schauen sich Instagram-Storys ohne Ton an und somit kann es durchaus vorkommen, dass du vielleicht was wirklich cooles gerade erzählst, jedoch die meisten deiner Follower gar nicht hören, was du erzählst und somit deine Story verlassen oder einfach zum nächsten Account swipen. Das lautlos schauen liegt nicht unbedingt daran, dass wer keine Lust hat, den Ton anzumachen oder dir zuzuhören. Wir alle kennen Momente, wo es uns einfach nicht möglich ist, etwas mit Ton anzusehen. Ob wir nun beim Arzt im Warteraum sitzen, an der Bushaltestelle stehen oder aber auf Arbeit kurz durchschauen, was es Neues gibt. Die meisten von uns haben zwischenzeitlich immer mal wieder auf ihr Handy geschaut und mal schnell zwei bis drei Storys durchgesehen, wenn es die Zeit zugelassen hat. Nicht immer haben wir die Möglichkeit, Kopfhörer zu nutzen oder aber den Ton einzuschalten. Nimm auch diese Leute mit und baue ihr Vertrauen weiter auf. Mach es deinen Storyviewern einfacher und schreibe eine kurze Zusammenfassung von dem, was du erzählst dazu. Mittlerweile gibt es auch einige Apps, die du nutzen kannst, wo deine Videos automatisch mit einem Untertitel versehen werden und das, was du sagst, analysiert wird. Checke allerdings immer, bevor du die Story hochlädst, ob der Text wirklich richtig geschrieben ist, da es durchaus vorkommen kann, dass die App sich bei ein paar Wörtern irrt und diese dann nicht richtig verstanden hat. Sollte dies jedoch zu komplex sein, kannst du auch einfach ein GIF aussuchen, was signalisiert, dass das, was du sagst, unbedingt angehört werden sollte. Des Weiteren kannst du jederzeit Hashtags in deiner Story nutzen. Du kannst den hierfür vorgesehenen Sticker nutzen, aber auch als eigenen Text weitere schreiben. Dies hilft Instagram, dich einzuordnen und besser ausspielen zu können. Wenn du dies nun aber nicht direkt angezeigt haben willst in der Story, kannst du sie zum einen hinter etwas verstecken, was du in deiner Story eingefügt hast, oder aber du ziehst es einfach aus der Story raus. Dann existiert es zwar, wird jedoch nicht mehr angezeigt. Du solltest auch immer den Standortsticker nutzen, da es somit nochmal eine zusätzliche Möglichkeit ist, dass neue Leute auf deine Story stoßen. Wähle hierfür immer aus der Liste und gebe nicht unbedingt einen eigenen ein. Die ersten, die dir angezeigt werden, sind meist die passendsten. Wenn du jedoch in einem kleinen Dorf lebst, was keiner wirklich kennt, kannst du natürlich auch die nächstgrößere Stadt nehmen. Einer meiner Favoriten ist der Musiksticker, da es natürlich immer wieder die Möglichkeit bietet, die Story etwas abwechslungsreicher zu machen, ohne direkt alles umzudesignen. Der Musiksticker ist mit vollem Umfang bei einem Creator-Profil verfügbar. Ein Business-Profil kann nur auf die kostenlose Bibliothek zugreifen, da es dort Probleme gibt mit unter anderem dem Musikrechten. Bedenke immer die Watchtelm und versuche deine Story über zu unterhalten und so lang wie möglich auf deiner Story zu behalten. Vielleicht ist es dir selbst schon aufgefallen, Instagram zeigt in regelmäßigen Abständen immer mal wieder kurze Werbeblöcke, wenn du eine Story oder einen Beitrag ansiehst. Wenn nun deine Story dazu führt, dass jemand aufhört, Storys anzusehen und dadurch auch noch die App verlässt, stuft Instagram dich als nicht relevant ein und simmelt wird dir auch keine zusätzliche Reichweite gegeben. Nun sind wir auch schon am Ende angekommen. Jedoch möchte ich dir gerne noch ans Herz legen, dass du dir ein Notizbuch oder ähnliches besorgst und dieses jeden Tag dabei hast. Dort kannst du all deine persönlichen Insta-Story-Ideen eintragen, wenn du gerade einen neuen Einfall für eine Umfrage oder eine Fragerunde hast. So hast du all deine Ideen an einem Ort und kannst diese dann zu Hause planen und direkt in die Tat umsetzen. Lass mich doch gerne in den Kommentaren erfahren, ob du Insta-Story-Ideen hast, welche du empfehlen würdest. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Ende angesehen hast. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback unter diesem Video darlässt. Vergiss nicht, auf den Abonnieren-Button zu drücken, um kein Video mehr zu verpassen. Klicke jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und sichere dir sofort deinen Platz für ein kostenfreies Strategiegespräch. Wir schauen uns zusammen an, wo du stehst und wie wir dich noch weiter nach vorne bringen können. In diesem Gespräch kannst du mich alles rund um das Thema Instagram fragen und was dich dabei beschäftigt. Du hast noch keinen Instagram-Account? Kein Problem! Trag dich jetzt für ein gratis Strategiegespräch ein und wir erarbeiten den bestmöglichen Start für deinen Instagram-Account. Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020